Meister, Meister, hilf meinem Sohn, ich bitte dich. Bitte, bitte hilf ihm. Er ist mein einziges Kind. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Oh, du ungläubige und unbelehrbare Generation, wie lange muss ich euch noch ertragen und bei euch sein? Bring deinen Sohn her. Ja. Sitz. Ja. Ja! Ja. 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 Auch sein Gesicht ist geheilt. Wie wunderbar. Wie wunderbar.